ja mitte leute der 20 märz fangen wir im jahr 2021 an der corona ihr wisst ja reiner labert in einem laber stream großen unfug zur corona pandemie kritisiert die ihm vermutlich gar nicht genauen bekannten geltenden regeln und verkündete erneut dass er trotz der objektiven risikofaktoren wie fettleibigkeit atemprobleme und so weiter kaum in gefahr ist ich zitiere ich für meinen teil sagt ganz deutlich ich lasse mich nicht impfen weil ich das nicht einsehen ganz ehrlich ich bin der meinung mein immunsystem ist stark genug wenn ich es kriegen sollte dann habe ich halt und dann bin ich halt kurz krank und danach geht es mir wieder gut außerdem war reiner der meinung dass sein schal sicherer sei als eine ffp2 maske da dieser dichter und dicker ist ja das ja du die halt dann auch noch am gleichen tag von einem polizisten angebrüllt reiner wird von einem polizisten lautstark und unter anderem mit also halt die klappe halt die klappe am zaun angebrüllt die szene kenne ich gar nicht da muss sich mal gucken im jahre 22 dann war sein gaming laptop erneut defekt warum auch immer jeden fall hat er dann sich da einen neuen gekauft also mit lov leute